Moin Moin, ich bin's, euer Flutti. In diesem Video möchte ich euch ein Produkt vorstellen, welches ihr in diesem Zustand wahrscheinlich bisher noch nicht kennengelernt haben dürftet. Und zwar... Trommelwirbel bitte! Ein iPhone 5S! Ihr werdet bestimmt erstmal denken... Was, das ist nur ein normales iPhone 5S? Aber da habt ihr euch getäuscht. Denn dieses iPhone 5S ist etwas Besonderes. Nicht nur wegen der Beschädigungen, sondern es hat auch eine Clubhandy-Funktion. Schaut es euch an! Es ist auch noch ein Clubhandy! Ein Smartphone-Clapphandy sozusagen! Wisst ihr, wie toll es ist, ein Clubhandy zu besitzen? Nein? Dann demonstriere ich es euch mal! Mit einem Fake-Anruf! Oh, das iPhone klingelt! Da gehe ich mal ran! Hallo? Ja, ich bin beschäftigt. Ich mache gerade ein neues YouTube-Video. Ja, ruf später an! Tschüss! Und wieder sind hier irgendwelche Leute der Meinung, während ich ein Video drehe, dass die Bohrmaschine angesetzt werden muss. Okay, das ist also für mich ein Zeichen, dass ich das Video beenden sollte. Habe ich euch das Interesse an diesem iPhone 5S Clubhandy geweckt? Pech gehabt, das gibt es nicht zu kaufen. Das ist ein Unikat. Von mir. Und ich werde es nicht verkaufen. Aber als kleiner Prost, bekommt ihr noch das hier. Wartet noch. So, das war es jetzt auch wieder von mir. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.